Schnubberabend bei Greenpeace Bad Kreuznach Vermutlich kennt ihr uns mehr von den Aktionen, welche wir auf der Straße und auf den Plätzen von Bad Kreuznach durchführen. Corona hat aber auch uns im Griff. Das bedeutet, wir können zurzeit keine Aktionen auf der Straße machen. Auch ist es leider nicht möglich, unseren dreimal im Jahr stattfindenden Schnubberabend für Interessierte, die vielleicht bei uns in die Gruppe einsteigen wollen, durchzuführen. Deshalb werden wir unseren nächsten Schnubberabend online machen. Zwar gibt es eine etwa einstündige Präsentation, in der unsere Gruppe und unsere Arbeit erklärt wird, doch wären wir ganz dankbar dafür, wenn sich ein richtiges Gespräch, auch wenn es über Internet geschieht, entstehen würde. Wir würden uns freuen, wenn sich viele Interessierte zu unserem Schnubberabend online anmelden. Dies ist möglich unter info-at-bad-kreuznach-greenpeace.de. Wer sich dann angemeldet hat, bekommt die Zugangsdaten zugeschickt. info-at-bad-kreuznach-greenpeace.de Wir freuen uns auf Euch!